Vor allem keine Schweiz ohne Forscherdrang und Pioniergeist. Forscher und Pionier werden aber immer engere Grenzen gesetzt. Bildung und Zugang zu Wissen werden immer wie teurer. Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass alle Menschen Zugang zu Wissen und Bildung haben und somit ihr Potenzial nutzen können. Wir kämpfen gegen die Buchpreisbindung und für ein modernes Urheberrecht, damit die Kultur weiterhin auch frei bleibt. Darum die Piratenpartei wählen. Darum die Batist-Utinger wählen.